Letzte Nacht gab es erneut einen Hackerangriff auf ein Firmengebäude eines Großkonzerns. Es ist bereits der siebte Angriff dieser Art in diesem Monat. Man geht davon aus, dass... Mein Bruder ist ein echt cooler Typ. Immer hat er alles im Griff. Und immer hat er versucht, das Richtige zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist mir egal, was die anderen sagen. Für mich ist er ein Held. Aber es wäre ein echt guter Moment für dich, um auch nach Hause zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020